Wir können es ja einander mal oder später oder irgendwann nochmal auspacken. Je nachdem, wie euch das Spiel gefällt. Ja. So, wollen wir Action-Focus oder Story-Focus machen? Auf was habt ihr Bock? Die das Spiel erleichtern. Nee, komm, machen wir das hier. So, Bildschirmhelligkeit. Leistungsmodus. Deckhafter Visualisierung. Action-Focus. Komm. Testen wir mal Final Fantasy 60. Das Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Hängt gleich mal brutal an. Erinnert mich ein bisschen an Bayometer. Komm schon, Phoenix! Ja, wir spielen sogar den Phoenix. die in der Alter, trotz Performance-Modus ist das Spiel so leistungsoptimiert. So grafisch. Au! Das wäre jetzt verkackt. Da stand halt nichts, ne? Von Action oder so. Im Jahr 873. Nisaschlucht, Republik Dalmetia. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Was ist so schnell? Das kann ich nicht lesen. Ich bin ein alter Mann. Ich werde alt. Aber sie tun... Doch. Sie kreuzt hier wirklich auf? Unser 1 stellt keiner Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Der hat gerade aus seiner Hand gepisst. Kann man mal machen. Oh, ich werde noch mit mir los. Entschuldige. ... Wach auf, Wyvern. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Muss fahren. Gut. Bewegung, Wyvern. Das Hauptmenü. Hier ist gleich die Hölle los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Warum läuft der so langsam? Immer nicht so ein Stress. Bewegung. Wir werden jetzt die Steuerung kennen. Schon wieder so ein riesiges Spiel. Ich glaube, das ist echt wieder so ein extrem langes Spiel. Wie gesagt, ich will es nur antesten. Ich habe keine Ahnung davon. Wie gesagt. Ich weiß nicht. Ja, also Überbevölkerung sollten die nicht leiden müssen. Die ihren neuen Dominus gar nicht. Was? Zier nie drauf fest, du. Für euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug. Havel, der König ist unser Gast. Und sein Entscheid ist final. Ich will euch wieder nachdenken. Ich bin einig. 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 Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Dalmekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominos hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominos haben? Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge... Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben... Haben sie Zugang zur Hauptstadt? Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Der Alte wird so richtig angeschissen. Also... Bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Die Eisernen werden es noch nicht. Großkotz. Benediktar. Aha. Gebt der Löwe etwa acht, wenn er Hasen jagt. Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Gut. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benediktar. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Das ist eindeutig. Ich muss es gefühlt, dass die Stimmen ein bisschen leise sind. Na, ich kann nur Pause machen. Ganz schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fällen wir nicht auf. Benediktar. Aha. Äh. Ah, der Typ hat seinem Diktar wohl mehr als nur einmal Schaufler eingesetzt. Wenn er genug Treuepunkte bei der Benediktar sammelt, dann geht der ein Diktri. Oh mein Gott. Warum heißt die so? Die Vorlage war perfekt. Ich will mal gucken, ob ich die Stimmen noch ein bisschen... Ja, System, Pipapo. Kann ich mal wieder umswitchen? Das ist ganz gut. Ich würde gerne gucken, hier ist Sound. Ich würde gerne ein bisschen höher stellen. Insgesamt. Okay, Klettern tut er automatisch. Also im Endeffekt so eine ähnliche Störung wie Hogwarts Legacy. Nur mit einem anderen Setting. Gut, aber das sind die meisten Rollenspiele. Oh, wieso? Alle warten sie auf uns. Ich könnte dir mal sagen, wie euch das Spiel gefällt. Aber bis jetzt haben wir halt noch nicht so viel gesehen. Die Hose mit deiner... Benediktar. Oh. Die Tarn. Die Dalmiker wollten sich wohl nicht länger abschnachten lassen. Ha. Und sieh an, wer sich noch die Ehre gibt. Kommt. Den Kampf hätt ich ja gerne gesehen. Hallo. Dann. memories. Das hat sie euch schon gut gefallen. Hallo. ich bin doch nicht Klima. Untertitelung. BR 2018 Tja, da muss der Ice-König sich was einfallen lassen, ne? Passt auf! Ähm... Bewegt deinen Arsch, Wyvern! Los! Junge Die sind gerade Blitzschirm ausge... Au! Die ist direkt über uns... Pfff... Pfff... Ich kann doch nicht schneller! Ich kann doch nicht schneller! Das war knapp, boys! Ja, du stehst doch gerade neben dir, du Affe! Bin ich jetzt ein Spiel oder einen interaktiven Film? Allein ein bisschen impressed bin ich gerade... Au! Das war doch der Tum von Sauron! Ja, also mit dem Titan und dieser... dieser... dieser Eis-Lady... Der hätte Sauron... Du ist aus Hederie... Nett viel Schei... Nett viel... Er hätte ein Problem! Reiß dich zusammen! Wir sind noch nicht fertig! Tja, ich würde sagen... Joshua ist... äh... Nein! Er sieht die Radieschen nur noch von unten! Hat er mich jetzt gerade ins Gesicht gepisst? Ja, auf! Sieht aus, als hätte man nach... Bei den Schweinen geschlafen... Vor 13 Jahren im Jahre 860... War nun Marmelade am Stein! Klar! Niemals! Arschloch! Irgendwann triffst du ihn schon! Ich glaub an dich! Oh nie! Na siehste! Na dann auf! Das gut, wir kommen, wäre eine Zugabe! Jetzt fangen wir noch einmal von vorn an! Komm! Zeig, was du kannst! Mit Kreis? Faust du zu! Greife Kommandant Mudok an! Ah, mit Viereck? Ja! Wollte schon sagen! Hm! Gleich nachsetzen! Okay! Sehr gut! Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren! Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir! Nun lass sie empor lodern! Kein Problem! Kann ich machen! Ich kann machen, dass kalte Luft stinkt! Lass Feuer herabregnen! Ähm... Wecke das Feuer in dir! Ja, also mit ner Bohnenpfanne machen wir das auch extra! Ja, hast du nicht den Anfangskampf gesehen? Der Phönix gegen diesen komischen, ähm... Typ da? Wunderbar! Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten! Ein Kompliment von euch? Und ich... Wurde ich nicht auf deinen Lorbeeren aus! Ich bin am Zug! Versuche meiner Klinge auszuweichen! Immerhin! Ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt? Link sein, Lord Rossfield! R1 Perfektes Ausweichen Weiche Angriffe mit einem perfekten Augenblick aus, um den Gegner zu verlangsamen und ihn kurzzeitig anfällig für einen Konterangriff zu machen, der mit Ah, okay Zack, zack Alles klar Ich kann einen Phönix aus meinem Hintern krummen lassen Okay Gib mir deine Kraft, Justin Okay, ähm, breche nach vorn, aber wie? Setze die Macht des Phönixflugs ein Ein kleines Foto von Phönix Mit übernatürlichen erst bei Kräften gesegnet Die ihm nach Manöver Phönix drücke Kreis Um einen Augenblick, okay Das war so der Phönix-Klug Das ist okay Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie tausend Der sicherste Weg im Kampf nicht zu fallen ist folgender Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig Wo wir gerade davon sprechen Du siehst etwas mitgenommen aus So geht das nicht weiter Jetzt kriege ich das mal richtig aufs Maul Versorge deine Wunden Mittel Okay Hätte ich nur den Supertramp nehmen sollen Lass dich während eines Kampfes niemals ablenken Überleben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen Um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern Oder zumindest Um den nächsten Tag noch erleben zu dürfen Ja, tolle Aussichten Zeit für deine Prüfung Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer Nichts wäre mir lieber Na dann, Lord Rosfield Kämpfen wir Du willst der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es Wie ihr wünscht, Kommandant Die Haar-Animationen sind schon geil aus Komm her, Junge Zeig mir, was du kannst Los Diesmal kriegst du ihn Du schaffst das gleich Bleib einfach ruhig Dir scheint es ernst zu sein Weiter so klein Gebrochener Kampfgeist Kommandant, ähm Murdochs Willenskraft ist erschöpft Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde Und er zermürbt am Boden Hier kannst du ihm großen Schaden zufügen Drücke R2 und Kreis Um einen Los Schwinge anzugreifen Du übertriffst meine Erwartungen Dann muss ich mich hier nicht länger zurückhalten Wett mir der Sau Klar, der Phoenix hat gewonnen Was los Warum auch nicht? So Und der Gewinner darf dem Anderen das linke Ei abschneiden Warum sieht der Kleine so komisch aus? Du hast es geschafft Zum allerersten Mal Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater Du bist ein echter Schild des Feuers Lass dir das nicht absprechen Auch nicht von mir Das ist ne Männerfreundschaft Da sind Bros for life Was war das? Joshua Es geht schon Verschwende deine Gabe nicht Nicht für sowas Warum nicht? Wenn meine Schilde mich schützen Dann muss ich Darum Heute Morgen auch schon Bleib lieber im Schloss Nicht so schlimm Ist nur ein Husten Pass auf dich auf Seine Gnaden ist zurück Vater ist da Wer ist die Kleine? Wer ist die Kleine? Euer Gnaden bitte Solch ein Ort ist eurer nicht würdig Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade Ich will meinen Sohn sehen Also gute Mutti Meine Herren Rosaria dankt euch Für eure unermüdliche Loyalität Hab Dank euer Gnaden Zu euren Diensten Joshua Joshua Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich Entschuldige Guten Tag Mutter Komm Joshua Dein Vater erwartet uns Ich würde sagen Ein leicht angespanntes Verhältnis Wer behandelt so sein Eigenfleisch und Blut? Ich weiß Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein Gehen wir, Jill Messie Kleine? Hat nichts zu sagen Oder was? Stimme verschluckt Hm Nee, 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 nee Wo soll das noch hinführen? Weiter, Gokke Die Mutter ein ekelhaftes Biest Und der Vater ein cooler Dude Besser Ja, Vater Viel besser Heute Haben wir Clive beim Kämpfen zu gesehen Tatsächlich Leise, Toral Aufhören Hör auf Das wird ein fabelhaftes Tier werden Vater Nicht nötig, Jill Danke, euer Gnaden Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr Euer Gnaden Krieg zieht auf, mein Sohn Halt dich bereit Der Typ ist cool Ich mag den Vater Das ist ein cooler König Komm in den Thronsaal Wir müssen reden Ja, Vater Majestät Schilde Abtreten Der hat den Hund gestreichelt Das ist ein guter Typ Fertig Und Justin schnippt mir zu Der Hund ist Jagt einfach den Schmetterling Wo willst du denn hin? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja Morgen Grauen und Abendrot Binde den Weg Halte L3 gedrückt Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht Ich muss Vater sprechen Gegenstände finden Es lohnt sich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen Der ist doch gut Phönix wird uns beschützen Dann haben wir Gute Freunde Äh, ne Gute Freundin Von unserem kleinen Bruder Dabei Mit einem Hundi Und kriegen sogar einen Apfel Hier bitte Ich bitte euch Milord Schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch Einfach keine Beachtung Verbeug dich du Esel Aber ich Darf ich dir erlaubt zu sprechen? Das ist nicht nötig Wirklich Doch, doch Verzeiht seine Manieren Allein eines Blickes Von euch gewürdigt zu werden Ist mehr als seinesgleichen verdient Ja, andernorts Würde er nicht mal Halb so gut behandelt werden Wie bei uns in Rosaria Wie ich ihm Tag für Tag Aufs Neue einbläue War es sein Glück Dass er in eures Vaters Reich Geboren wurde Das ist dem sichtig unangenehm Seht auf Bitte Los Sein Ungeschick Werdet ihr ihm doch nachsehen Sehr wohl Wenn Wenn das in eurem Sinne ist Milord Das ist ein guter Guter Prinz Schon dich etwas Denk dran Rosaria braucht deine Kräfte Wir tun alle unser bestes Ja, wir alle Komm, gehen wir jetzt Die Pflicht Ruft, mein guter Ja, wer seine Leute gut behandelt Der erntet Loyalität Wenn er Loyalität hat Hat die stärksten Männer Sie bereiten das Abendessen vor Ähm Da hat wohl jemand Hunger Okay Der Hund hat Hunger So, so Die FPLs sind jetzt nicht bei 60 Aber schön Na Josh Ah, das sind Brüder Die Mutter war so richtig widerlich Und der Vater dafür umso gütiger Kann das sein, dass es nur meine Stiefmutter ist Ja, manche Türen zu öffnen Okay Viel Glück Schnuffiger wäre es gewesen, wenn der Hund das von selbst gemacht hätte Ihr wünschtet mich zu sehen Euer Gnaden Wie kann ich dienen? Lass diese Förmlichkeiten Mutter ist nicht hier Der Vater ist cool Ich mag den Wie ist die Situation im Norden? Lass die Förmlichkeiten Mutter ist nicht hier Schwarz, soweit das Auge reicht Das ist genauso, als wenn der Papa sagt Hier, komm Die Umbäerchen-Tüte Mama fettigt Mama ist nicht da Aber Mama hat gesagt Ja, Mama ist nicht hier Komm Machen wir die Kohle auf Bei den Flammen Der Andrang der Flüchtenden stellt unsere Stadt bereits vor eine Zerreißprobe Schicken wir sie weg, in Richtung Süden, nach Port Isolde Verlagern wir die Sache nur Jeder Tag, der verstreicht, kann uns zum Verhängnis werden Wir müssen handeln Ein Zug gegen die Eisernen Das ewige Geplänkel führt zu nichts Bringen wir es zu Ende Unser Ziel ist die Eroberung des Drachenhauchs Ohne den Segen des Mutterkristalls sind wir der Fäule hilflos ausgeliefert Die Eisernen werden uns nichts schenken Das wird ein schwerer Kampf Morgen reiten wir zum Phönix-Tor Wo wir unsere Ahnen um Rat fragen Wie ist der Brauch verlangt? Werde ich Joshua begleiten dürfen? Erst wäre da noch was anderes Rodney? Sicher hast du die Berichte gehört Wildstämme des Nordens sind bei uns gesichtet worden Na dann Goblins in der Stillwindmarsch Davon habe ich gehört, ja Dann weißt du was zu tun ist Zwei Mann begleiten dich Während wir nach Norden reiten Werdet ihr morgen das Lager suchen Finden und vernichten Danach schließt er auf zum Phönix-Tor Es wird Zeit, dass du dich bewährst Damit deine Mutter Ruhe gibt Ich werde euch nicht enttäuschen Majestät Das wäre alles Nun geh Wir reiten früh Ja Majestät Ich glaube die beiden sind sich gar nicht so unähnlich Kompendium Halte Kompendium aufzurufen Um eine Zusammenstellung Diverse Informationen Ja Informationen interessieren mich nicht Zieh dich in dein Gemach zurück Ich kann meine Kampffähigkeiten gar nicht einsetzen Kann denn die eigene Mutter nur so kalt Gegen Den großen Sohn sein Und nur dem kleinen hinterhergeiern Ist ja widerlich Jo Wie findet ihr das Spiel so bis jetzt? Mein Mann hat noch nicht so viel gesehen Aber Ich habe jetzt auch noch nicht Lust abzuschalten Wie lange wirst du diesmal weg sein? Nicht lang Vier Tage Vielleicht fünf Und Joshua wird mit dir gehen? Ich kann ihn doch nicht hier lassen Oder? Das Blut der Rossfields durchfließt ihn Vor einem Krieg muss das Ritual am Phönix-Tor vollzogen werden Das weißt du Und nur der Dominus kann ins Apoditerium Also brauchen wir Joshua Was für ein Wahnsinn Der Junge ist krank Ja, das weiß ich doch Aber mein Sohn ist auch der Phönix Der Erbe des Throns Er muss in seine Rolle hineinwachsen Erwin Ruhig, Liebes Clive begleitet ihn Trotz seiner Jungen 15 Jahre Ist er ein fähiger Soldat Und ein würdiger Schild Und doch hat der Phönix ihn nicht für sich erwählt Er hat ihn zurückgewiesen Der Ruf unseres Hauses leidet darunter Er ist unnütz Eine Schande für uns So wie ich Mein Herz Unsinn Du bist der Herzog von Rosaria Ach, nicht das wieder Du weißt so gut wie ich Dass ich nur auf dem Thron bin Weil mein Vater früh verstorben ist Und das auch Nur so lange Bis Joshua bereit ist Du warst der Erste in der Erbfolge Und du sitzt auf dem Thron Alles hat seinen rechten Platz Jetzt geht's los Du hast nicht das edle Blut der Familie beschmutzt Ohne Menschen wie Clive, die uns beschützen Hätte dein edles Blut schon längst die Erde getränkt Das war mal ein Machtwort Ich dachte es geht zur Sache Ich muss voll raus Gute Nacht Ja du kannst doch nicht einfach seinen Sohn niedermachen und dann denken, dass er dich fickt Alter Ja so kacke ist, das kannst du vergessen Die vergeigt doch bestimmt irgendwie Die sieht doch schon wieder so aus, als würde die irgendwas scheiße machen Der König hat Balls Es ist soweit Zeit dich zu beweisen Ein Wunsch an die Sterne? Schon lange nicht mehr Ich sollte schlafen Ja Wir haben ja ständig ein kleines Mädchen um uns herum Das ist komisch Ist das unsere Schwester? Oder wer ist das? Bist du nicht ein bisschen zu jung, um einen Crush auf den zu haben? Vater hat ihn mir persönlich erteilt Gut Wenn du nicht selbst zu Media beten willst Muss ich es wohl für dich tun Das ist ein Mond Hallo lieber Mond Heute habe ich in die Windeln geschissen Lass das heute das letzte Mal sein Entschuldigung, ich habe den Moment ruiniert Ich mache es auch nicht besser Ich halte die Schnauze Wie alt ist die denn, dass sie schon zwei Kriege erlebt hat? Aber es hört nie auf Oder? Nein Der nächste Krieg wird noch größer Aber du schaffst das, oder Clive? Schließlich bist du ein rosarischer Schild Mit dem Segen des Phönix Ich glaube, dieser ganze Phönix-Thematik haben sie und Justin schon gleich Gleich in den Bann gezogen Es wird kalt Gehen wir rein Nach dir Gute Nacht, Clive Ist ja schade, dass es bei den Spielen nichts mehr dazu gibt Irgendwie so ein Heftchen oder so Wo was über die Charaktere drin steht Eisgegrünte Erweiterung Heavensward Ach, Final Fantasy 14 online Schade Ambrosia Heute gehen wir nicht jagen Keine Sorge Du wirst das spitze machen Ich versuch's Also sie ist zwar älter als der Kleine Aber nicht viel Viel Glück Ich hab aber das Gefühl, das ist häufig so, ne? Freunde Wir reiten zum Phönix-Tor Möge das Licht der Kristalle uns segnen Und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen Ich kann mir vorstellen, dass der Justin da gerade jetzt mitgeschrien hat Seine Eltern denken sich so What the fuck geht mit dem Jungen wieder vor sich Lord Rossfield Erlaubt mir euer Reit hier zum Phönix-Tor zu bringen Danke Liegst dir mit der Axt, der grinst Wir sind bereit, Milord Grinst so sehr Als hätte er komische Substanzen genommen Das wird kein einfacher Auftrag Wenn die Goblins wirklich dort sind, müssen wir sie vertreiben Die Wildstämme sind furchtlos Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen Die kriegen wir schon Sir Wade Sir Tyler Tun wir unsere Pflicht Mit Freuden, Milord Wie ihr befehlt Der rechte ist eher so der Und links der ist eher so die Grinsebacke Und möge das Licht der Kristalle uns segnen Zeiger bewegen Ah, okay Overworld Der Weltkarte werden dir alle Orte eingezeigt Die per Schnellreise erreicht werden können Kann ich das auch manuell machen? Weil dann wäre es wirklich so ähnlich wie Hogwarts Legacy Haltet Ausschau nach den Goblins Haltet Ausschau nach den Goblins In dieser Gegend hat man sie gesehen Ab hier ist alles Sumpfgebiet Gebt auf dem Boden acht Ja Aber nicht nur den Ich hab das Intro Und die Filmsequenz waren viel zu lang Ziemlich verwahrlost alles wenn ihr mich fragt Wer sollte die Wege auch pflegen Die Fäule hat alle vertrieben Kommt zu glauben dass man hier gelebt hat Vor uns liegt das alte Dorf von Stillwind Oder was davon übrig ist Wie das sammeln die also automatisch Okay es ist so richtig Open World ist es jetzt nicht Also grafikmäßig sieht es ganz gut aus Weiß ich ob es ein Fehler war Aber ich hab es mir mal wieder typisch zum Vollpreis gekauft Also hör ich mich an wenn ich mit Hunger bei McDonalds bin Oh Lidiot Hier dein Furchen Magie-Kombo Nach einem Treffer mit Bell Die kämpft je noch Also das Kampfsystem gefällt mir Ich meine auch das Kampfsystem selbst bei Hogwarts gefällt mir Aber hier hat es halt noch diesen Magie-Fitz Diesen Magie-Mittelalter-Vibe Was mir halt nochmal einen Zusatzpunkt gibt Stärke Tonikum Musik ist auch soweit ganz gut Und klar Grafik ist logisch Nicht gerade einladend Vorsicht Das sind noch mehr Leute Berühre die Funkel im Punkt Ja ist mir schon klar Also bis die Grinsenbacke sich bewegt hat Weiß ich wie das Spiel der Juna gefällt Will ich hier lang oder will ich da lang Ne ich bin hier nochmal rein Da ist bestimmt irgendwas zu finden Heiltrank Braucht jetzt nicht zwingend Die Frage ist wo muss ich lang Ihr kennt mich Ich gehe immer da lang wo man nicht lang muss Weil ich immer Angst habe irgendwas zu verpassen Irgendein 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 Blut 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 Aber ich habe das Gefühl die Schmetterlinge führen uns zum Weg Es erinnert mich so ein bisschen an Ähm Ich weiß nicht Ich muss gerade irgendwie an Keiner Brut of Spirits denken Rast auf Milord Einige davon sind Spruchwehra Es sind nicht wenige Wir müssen unten einschicken Blut 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 so sieht doch ganz gut aus müssen wir mal nächste woche oder im laufe im laufe der woche muss mal gucken wir mal einen neuen monitor holen ich bin halt noch am überlegen ob ich bei 24 zoll bleiben soll also 24 24 24 oder ob ich vielleicht mal anfangen sollte mit 25 zoll monitor zu holen wir sollten jetzt gleich zum alten dorfplatz kommen wahrscheinlich ist er voll mit goblins es erinnert mich so ein bisschen an final fantasy crystal chronicles auf der gamecube oder remaster auf der switch weil da hat man ja dann auch wurde man ja auch von dem giftigen wurde man ja auch von kristallen sozusagen geschützt von dem giftigen mismer sozusagen so ein giftigen gas und hier ist es ja eigentlich auch irgendwie so voll ist nur dass nicht die das nicht die luft verpestet das ist eine falle ich überlege der anführer aber zuerst knöpfen wir uns eine horbe vor erledigen wir das pack nichts lieber als das da war es nur noch eine denn ein kleiner kleiner knoom kriegt jetzt auf die fress bekommt ihr jetzt noch in der sonne jetzt kriegt auch wirklich auf stress auf die füße mit dir er kracht an gewaltige feinde bei größeren gegnern sollten zu vorsichtig sein sie haben bedeutend mehr lebenspunkte als kleine und können dich mit ihrer verheerenden fertigkeit überwältigen benutze den segen des phoenix um diesen gegnern nicht nur beträchtlich zu bedenken und beitren zu bedenken und definitiv, dass passiert ist nicht nur so viel zu bedenken Schaden zuzufügen, sondern ihre Willenskraft zunichte zu machen. Wenn der Kampfgeist eines Gegners erst einmal gebrochen ist, kann er sich für kurze Zeit nicht mehr wehren und ist anfällig gegen Angriffe. Wie mache ich jetzt den? Aus dem Gleichgewicht, wenn ihr Willenskraft alleine unter 50 ist ja für kurze Zeit. Au. 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 Stop it, Gott. Au. Schlag auf Schlag. Dann kann man sich zusätzlich einen Schaden zufügen. Der Schadensmultiplikator steigt kontinuierlich mit jedem Angriff. Au. Ich bin nicht zu blitzen. Wie soll ich dem Scheiß denn ausweichen? Ich habe erschissen. Beute, Belohnung, ganz viel Stuff. Stufe erhöht. Yay. Ich kann also nicht wählen, was ich machen will. Beute und Kampfwertung. Nach wichtigen Kämpfen wird ein separater Energie-Ereignis-Bildschirm angezeigt, auf dem die Kampfwertungen und die Beute angezeigt werden, die du erhalten hast. Je nach Kampfwertung erhältst du unterschiedliche Mengen an Geld, Gegenständen und Fähigkeitspunkten. Okay. Was ist denn der Armreif? Ja, es geht immer über die Hutkrempfe. Das ist ein Goblin. So, Ausrüstung und Fertigkeiten. Ja. Oh, muss doch nicht alles sein. Darf ich auch mal was selbst lernen? Ne, passt schon. Ring des Augenmerks. Zeitigen Angriffs. Gäbe es einen Ring, der die Unruhe, ja, Stimme, ja, Stimme, ja, in einen wachen, ganz präzise Ausführerbewegung verwandeln könnte, würde man sich fragen, warum nicht jeder Kämpfer so ein Drücker, solange der Ring angelegt ist. Was? Ermöglicht das Ausführung, solange der Ring angelegt ist. Okay. Okay. Sieht doch ganz gut aus. So, und jetzt? Warte mal, ich will mal gucken. Fähigkeiten. Fähigkeitspunkte können im Hauptmenü unter dem Reiter Fähigkeiten. Ja. So, ich habe 152 Fertigkeitspunkte. Satz. Drücke. X, ne, um den Gegner. Das sieht ganz gut aus. Habe ich auch irgendwas Passives? Das wäre ganz interessant. Perfektes Ausweichen. Sprung. Habe ich schon. Magie-Kombo. Kann ich nur nicht machen. Okay. Senk-Keep. Okay, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Magieladung. Aufgeladen und angerissen. Drücke in der Luft X, um ein Gegner in der Nähe des Trittbretts. Drücke in der Luft X, um ein Gegner in der Nähe als Trittbrett zu benutzen und so die Höhe und Dauer eines Sprungs zu steigern. Das brauche ich jetzt nicht zwingend. Das probiere ich mal. Was haben wir hier? Provozieren. Ne, das brauche ich jetzt nicht zwingend. Oh, ja, Kraft der Flamme. Geil. Können sie auch vergessen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Du kannst auch nicht schießen oder so, ne? Warum brauchst du so lange, du Vollidiot? Du triffst ihn auch nicht, ne? Das war's für dich. Aber was? Diesen Gegner recyceln's ja auch jedes Mal. Aber ich find's, ich find's, ich mag den irgendwie. Haltert euch von seinem Maul fern. Der Atem ist beißender als die Zähne. Das stinkt. Ich hab doch gesagt, weg von seinem Maul. Der Atem ist beißende die Zähne. Der Atem ist die Zähne. Aber es ist mit dem Zähne. Der Atem ist mit einem Zähne. Der beißende Zähne. Der Atem ist die Zähne. Das ist genau da. Parieren. Nein, hat er nicht. Filmischer Angriff. Wenn beim Bildschirm im Schlussmoment eines Kampfes blau Leuchter drücke, bevor die Zeit abläuft, um einen fairenen Angriff zu starten. Alter Schwede. Jetzt! Er ist geschwächt! Er ist geschwächt! Er ist geschwächt! Er ist geschwächt! Er kommt gleich wieder hoch. Er ist geschwächt! Er ist geschwächt! Er ist geschwächt! Versetzt ihm den Todesstoß! Er ist geschwächt! Au! 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 Ach! Mach's doch nicht! Ich darf halt nicht so viele Leben verlieren. Er ist geschwächt! 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 Du 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 ah perfekt Uuh coole sache noch mal ganz gut aufm Klo bis gleich Uuh coole sache noch mal ganz gut aufm Klo bis gleich Uuh coole sache noch mal ganz gut aufm Klo bis gleich Uuh coole sache noch mal ganz gut aufm Klo bis gleich und dann sei es noch mal ganz gut aufm Klo bis gleich Uuh coole sache noch mal ganz gut aufm Klo bis gleich So, da bin ich wieder. So. Wollte gab es jetzt keine? Schade. Aber es war doch mal ein schöner Kampf. Alter, dieses Spiel wird mich wahrscheinlich an meine Grenzen bringen, wenn das nur der Anfangsvors war. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Aber Goblin horten in Rosaria und Morbolts hier. Ich werde Vater bitten, Truppen zu entsenden. Wenn wir sie nicht aufhalten, stehen sie bald vor unseren Toren. Wir sollten los. Im Dunkeln wird's ungemütlich hier. Brechen wir auf, dann sind wir vor Einbruch der Nacht am Phönix-Tor. Ach ja, die gute alte Fäule. Ach ja, die gute alte Fäule. Richtig Open World ist das nicht. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Einige Zeit später am Phönix-Tor. Plötzlich, tausende rote Augen. Nein, hört doch zu, jetzt kommt's erst. Unser Lord zieht sein Schwert. Sching! Der Goblin kreischt und rennt. Direkt im Morbol ins Maul. Ach, schön. Mehr Bier! Jawohl! Heute wird gefeiert, Männer. Morgen geht es los. Es muss euch mit Stolz erfüllen, die Früchte an der Arbeit zu sehen. Der junge Lord wird es noch weit bringen. Ja, und hat dann vielleicht genug Mumm mit uns zu trinken. Will er jemand seine Früchte nicht aufessen? Hm? Nein, Vater. Bin du etwas müde. Es war ein langer Tag. Sie feiern Clive, oder? Oh ja. Dein Bruder ist ein gestandener Schild. Ich bin sehr stolz auf ihn. Vater? Warum wird der Dominus in unserer Familie geboren? Das ist nicht gerecht. Ohne die Kristalle können wir Menschen nicht leben. Doch sie wirken ihren Segen nur durch uns. Du bist besonders, Joshua. Du hast als Dominus die wichtigste Pflicht von uns allen. Die Macht deiner Esper mit unserem Volk zu teilen. Ich hoffe, das verstehst du. Flieg über Felder und Wiesen und Auen. Flieg aus der Asche empor und wo schauet. Flieg im rosarisches Feuer im Wind. Fliege ihr folgen, wo immer dir hin. Oh Stürme nach vorn, wir sind ewig geboren. Lauter, meine Freunde, lauter! Lauter, meine Freunde, lauter! Lauter, meine Freunde, lauter! Lauter, wasser und feier und mohren. Seht die Flammen am führbaren Flur. Hier wird mich keiner vermissen. Tage Rosarias stolz in die Höhe. Ich, ich würde da einfach mitsingen in dem Männerchor. Hoffentlich mach dir nicht gleich die Biege. Na Großer? Jill sucht sicher schon nach dir. Ein fabelhafter Ausreißer bist du. Hat der Hund dem Eifer gefolgt? Ist der Kleine dem Eifer gefolgt? Hier versteckst du dich also. Was machst du hier draußen? Ich hab dich drin vermisst. Als Schild darf ich mir nicht auf deine Pause gönnen und... Dieses Gegröle ist nicht mein Ding. Mich haben die Möhren vergrault. Wollte also seine Karotten nicht essen. Dieser Lümmel. Da musst du aber nochmal nachhetzen. Dein Gemüse wird aufgegessen. So wirst du nicht groß und stark. Sie erzählen alle von dir. Und nennen dich den Morbulljäger. Das sagen sie jetzt. Als ich angefangen habe, war ich der verwöhnte kleine Prinz. Wenn ich nicht gelernt hätte, mit einem Schwert umzugehen... ...wär ich nach wie vor eine Enttäuschung. Du bist der, an den alle glauben. Ich beneide dich. Das stimmt nicht. Sie glauben nicht an mich. Sie glauben nur an die Kräfte in mir. Mein Bruder, der Phönix. Herr über Leben und Tod. Warum denn ich? Warum nicht du? Ich bin nicht dafür gemacht, dein Land zu führen. Ich bin nicht stark genug. Aber du schon. Ach, das macht ihr zu zweit. Dann ist gut. Wenn du König bist, kannst du sagen, er ist auch ein König. Fertig. Das ist jetzt mein Wort. Seit vor sehr langer Zeit... ...unsere Vorfahren erschienen haben, den Dominus als ihren Herrscher zu erwählen. Ich verstehe es nicht. Vertrauen wir darauf, dass wenn unser Land am Rand des Abgrunds steht... ...der Phönix aus den Flammen emporsteigt, um unser Volk zu bewahren. Das Schicksal Rosarias steht und fällt mit dir. Du musst dieser Pflicht nachkommen. Und was ist mit dir? Ich bin da, um dich zu schützen. Deshalb habe ich den Segen des Phönix. Damit du der nächste Herzog wirst. Komme, was wolle. Egal, was passiert. Ich bin immer bei dir. Danke, Clive. Dafür, dass du immer zu mir stehst. Dafür musst du mir versprechen, dass du auf dich acht gibst. Verstanden? Ich gehe wieder rein. Ich sollte im Bett sein. Gute Nacht, Torgal. Da wird das Herz vom Justin ganz weich. Raulen will er ihn! Raulen! Will ich aber auch. Ist ein süßer Hundi. Oder ein junger Wolf. Ich weiß es nicht. Egal, er ist knuffig. Nachschub aus der Hauptstadt. Guckt natürlich keiner rein. Ich trau dir so... Hä? Nachts? Fast wohl gekostet, was? Sieht doch schon irgendwie komisch aus. Und da sagt noch einer hier im Norden, würde uns die Armeeleitung dursten lassen. Meine Kehle ist auch ziemlich trocken. Was ist da los? Oh, Mann. Was ist da los? Hm. Zugang gesichert, mein Herr. Alles weiter nach Plan. So, so. Eine List des Feindes. Welch unehrenhaftes Handeln. Welch törichter Narr. Er wohl gehabelt, unsere Moral in den Truppen zu schwächen. Mit dieser schändlichen Tat. Oh mein Gott. Ich höre mich an wie so ein Lappen-Ehr aus dem Mittelalter. Es war schön, dass wir jetzt die Vorgeschichte spielen, aber irgendwie... So hat man also früher Feuerzeuge benutzt. Kacke. Hätten die Hose geschissen. Verzeihung, mein Prinz. Ich bin's. Wait. Ihr wisst sicher nicht, wer ich bin. Doch, doch. Was ist los? Man greift uns an. Ich weiß nicht wer, aber das halbe Schloss steht in Flammen. Ich muss euch in Sicherheit bringen. Ich verstehe. Gehen wir. Folgt mir eure Hoheit. Jetzt müssen wir jetzt die Kleinen spielen. Geboren aus Feuer und Asche. Sind die Feinde etwa schon bei uns im Schloss? Ich fürchte schon eure Hoheit. Kommt. Ich glaube solche Fähigkeiten wünscht sich der Justin auch. Einfach mal... Ja, es ist dunkel hier. Ups. Felixfeuer. Das ist jetzt meine Lampe. Damit lese ich jetzt. Er braucht schon Hintergrundbeleuchtung für die Switch. Wenn er so einen Mini-Feuerball hat. Stell dir mal vor, du bist wirklich so und kannst überall so so Phoenix-Flammen aus dir rauspressen. Und du checkst es nicht, dass du deine Kräfte unter Kontrolle haben musst. Und du tust sie nicht. Yo. Die hab ich vorhin noch gesehen. Sie haben gelacht. Ein Sanbrekscher Soldat. Aber warum greifen sie an? Ich muss zu meinem Vater. Was ist das, Junge? Schnapp ihn! Wir haben den Wien weg! Ja! Verdammt, die Schweine sind überall! Warum tut Sambreks so etwas? Wir sind verbündet! Angriff? Ah, der Kleine ist ein Magier. Er ist aber ein bisschen schwach auf der Brust. Gut, ich meine, er ist auch krank. Also, allein, dass er das kann, ist schon übel. Also, unsere Verbündeten greifen uns an. Diese Schufte. Warum macht das nicht mein Lakai? Warum muss ich das machen? Keiner ist geiler als Tyler. Da geht der Tyler immer steiler. Verdammt! Die Wunden sind tief! Ich kann ihn retten! Ich kann ihn nicht retten! Aber hoher nicht! Ich... Ich... Keine Sorge. Ihr werdet wieder gesund. Ich... Ich... sie auf. Hallo. Kommt durch, dank seiner Hoheit. Euer Gnaden, Lord Murdoch. Ihr habt den Prinzen gerettet. Vortrefflich, Wade. Das werde ich nicht vergessen. Danke, Majestät. Wir müssen weg hier. Lasst uns schnell zum Hintertor. Omiya lost elan. Tu isa gelief. Nun fliege schwimmt nach Rosalith. Ich will zwar nicht sagen, aber hat er gerade mit einer Eule gesprochen? Am besten zum Nordtor. Zu den Chocobo-Stellen. Vater, bring Joshua in Sicherheit. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Du bist doch mein Schild, oder? Das bin ich. Deshalb halte ich die Feinde hier auf, damit du entkommst. Ich schicke euch die verbliebenen Truppen sofort nach. Geht jetzt. Es ist meine Pflicht. Erfüll du deine Pflicht. Ich... Ich weiß. Du musst Vater beschützen. Ich zähle auf dich, Joshua. Ich schicke euch. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt kommentieren soll. Ich bin das Spiel, schreibt sich vor selbst. Ups. Sind wir zu spät? Sind alle schon tot? Noch. Sieht schlecht aus, Jungs. Das kriegen wir hin. Gibt es hier sonst noch was? Nee, ne? Das kann auch nur relativ linear. Diese Bratte. Bei diesem ganzen Metall müssten wir den doch eigentlich nur mit recht viel Feuer Feuer unter dem Hintern machen. Ich sage mal, ich könnte sowas wie Kamerafokus nehmen. Okay. Fanden sie jetzt kom? Ups. Ich fordere euch zum Kampf. Ein kaiserlicher Dragoon. Du bist also der Schild mit dem Segen des Dönigs. Aber das wird dir nicht helfen. Weg, bringer. Halt still, verdammt! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg. Weg, weg! Weg, weg! Keep up! Blast in! Blast in! Das mit mir ihr lieben! Lonnie Wallis hat gesagt, was Ty? Ich hab grad' den Boot mit Bomben ge unused, die Lappen! Das war's. Das war's. Ow. Der Dragoon, der blendenden Arschgeigen besiegt. Dieser Lunken. Meine Güte. Stufe erhöht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Unterschied zu Kampfgeist ist. Aber die Kämpfe sind interessant. Hier auf Nummer sicher. Mehr können wir nicht tun. Zurück zu meinem Vater. Glyph, sieh her! Diese Scherpen wurden gestern verteilt. In Rosalith. Denn sie schon unter uns waren. Und das nicht alle sind. Vater und Joshua sind in Gefahr. Heilung! Auf dein Ross! Dieser Lunken. Ich hab keine Ahnung, mein Junge. Ich hab keine Ahnung, mein Junge. Jo. Torgal! Da bist du ja! So ein Glück! Euer Gnaden. Seid ihr wohl auf? Mir fehlt nichts. Wir werden Verstärkung aus Rosalith holen. Ihr müsst mir helfen. Bring Joshua an einen sicheren Ort. Steig auf, Joshua. Vater? Verzeiht euer Gnaden. Das kann ich nicht zulassen. Ihr... Ihr falschen Schlang! Zurück! Ich warn euch! Lauf, Joshua. Lauf! Nein! Gehen! Gehen! Nein! Füll du deine Flecht. Du musst Vater beschützen. Ich habe... Ich wollte... Kleif, ich... Ich zähle auf dich, Joshua. Oh, jetzt hat der Hund... Jetzt hat sogar eine Hund Angst. Nein! Desper! Der Phönix. Der Phönix! Joshua! Mark Werder! Der Prinze! Joshua! Hör auf! Er hat seine Kraft! Er hat sie nicht im Griff! Ich muss ihm helfen! Nein, Kleif! Zurück! Kleif! Au! Oh nein, nicht der Chocobo. Der hat uns doch gerettet. Gott! Ich danke dir, mein Schutzengel. Helft ihr auf und geht! Bitte! Joshua! Halte durch! Nicht jetzt! Komm! Tu deine Pflicht! Du bist dein Schild! Ja! Ashley! Clive! Was ist... Was ist denn das? Was? Warum? Wer bist du? Wer bist du? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Dämpfe als Phönix! Feuerball, zielen, ausweichen! Okay! Okay! Du Feuer, Dämon! Du... Das kann nicht sein! Hör! Es geht um! Keiner ist meines Feuers! Hör auf damit! Junge! Ja, geh mich auf den Sack! Ich bin nicht in Ruhe! 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 Ja! Ich bin nicht in Ruhe! Ich bin nicht in Ruhe! Oh nein! Ich bin jetzt so still. Junge, egal was du bist, du gehst gegen einen Vögel. Wieso mit Feuer keine Chance? Das ist einfach. Ja, no damage, bitch. Nee, ich spiele die immer noch. Auf gleich, nur ich weiß jetzt, wie man ausweicht. Oh, jetzt muss er noch mal hoch. Jetzt aber... Ich kann meinem Bruder ein versprechen. Und das werde ich erhalten. Ich erfülle meine Pflicht. Vielleicht, weil ich mich halt jetzt mal auf den Kampf konzentriere und nicht immer auf den Armband bin. Ich habe das gespüge. Du bist es nicht! zu spät meine flauen flacker sie sterben nie herrlich War ein cooler Kampf Das Spiel gefällt mir Jetzt hab ich schon wieder einen Meilenstein angefahren Eigentlich wollte ich Final Fantasy VII Remake fertig spielen Das nur für ein Stündchen oder zwei Anspielen Das Eierblatt anbekommen Das hat mir bestimmt nicht richtig gefallen Ja, ich hab gedacht Ich hab jetzt irgendwie verkackt Oh mein Quicktime Event Oh Der Felix Kriegt aufs Meilen Kack Werbung Nimm die Hände Von meinem Bruder Hilf mir Hilf mir gleich Das ist ja eine Tortur Oh Joshua Aaaaaaah! NEEEEEEEEEEEEEIN! Ich bring dich um! Ich bring dich um! Verdammt! Oh nee, ich weiß es ist traurig, aber ich war gerade so erschrocken von meinem eigenen Spruch, dass ich ihn nicht rausbringen konnte. Ähm, da wurde ein Hähnchen gerupft. Was für ein absolutes Chaos, schade um den Phönix, aber da war nichts zu machen. Mein Beileid, euer Gnaden, können wir etwas für euch tun? Was wollt ihr noch tun, Hauptmann? Joshua war meine Welt und nun ist er fort. Ich kann nur hoffen, dass mir in der neuen Welt seiner Heiligkeit noch eine Rolle zusteht. Verstehe. Was? Hat die das in... Hä? Hä? Das war doch die Mutter von dem... Kopf hoch, Junge! Aus dir wird noch ein richtiger Soldat! Joshua... Hat die das ein... Ich hab... Ich hab Gefühl... Ich hab das Gefühl, dass die das eingefädelt hat. Die Alde. Ich hab echt das Gefühl, dass die das eingefädelt hat. Die hat doch bestimmt irgendwas damit zu tun. Der Hauptmann hat ja gesagt, schade um den Phönix, sei's drum. Irgendwas hat die ja gemacht. Aber wir haben eben Joshua gesagt. Bevor wir hier... Im Jetzt... Auf die Backen kriegen. Ausgeschlafen. Tut mir leid. Was ist passiert? Na... Sagen wir mal Shivas und die Tans. Kleiner Tanz hat die Lage verkompliziert. Und? Wie erwartet. Die Eisernen ziehen sich zurück. Dann hinterher! Wir haben einen Mann verloren. Und wenn wir ohne Shivas Kopf zurückkommen, erwartet uns das gleiche Ende. Da versuche ich es lieber mit den Eisernen. Und sterbe aufrecht im Kampf. Da sieht man kein Schwert, dann wird es stumpf, du Lappen. Allerdings erst nach dir. Ich sterbe nicht. Nicht heute. Soll mir recht sein. Nicht sterben. Na dann los jetzt. Die werden nicht auf uns warten. Die sind so richtig... Die sind ja richtig widerlich. Zufallsbegegnung. Neue Esper-Fertigkeiten. Esper-Fertigkeiten. Federwirbel und Feuerschwall für Phönix können ab jetzt unter dem Reiter Fertigkeiten erlernt werden. Meinst du das hier? Aber so viele Fertigkeitspunkte habe ich doch gar nicht. Phönixflug. Oh, Federwirbel sieht geil aus. Lohnschwinge. Okay, ja, das kennen wir ja schon. Das müssen wir nur verbessern. Dreh dich schnell um dich selbst. Schaffe einen Ring aus Feuer. Ja, wie kann ich das aktivieren? Weil irgendwie habe ich es ja schon gelernt. Okay, Phönixflug kennen wir. Feuerschwall. Lebensflamme. Dabei Clives TP teilweise wieder herstellt. Okay. Provozieren brauche ich jetzt nicht zwingend. Sind das alles Fertigkeiten oder gibt es da noch mehr? Ja. Sieht für mich so aus, als wird da noch mehr freigeschaltet. Wir töten nur die Frau, die seine Zügel hält. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in der Zukunft sind und wir gegen unsere Mutter in den Krieg ziehen, weil die den Scheiß eingefädelt hat. Wahrscheinlich, weil sie den König nicht so lenken wollte, wie sie konnte. Und das wusste die auch und dann hat sie das eingefädelt mit dem ganzen Scheiß. Weil die hat uns ja sowieso alles nicht so wirklich gemocht. Und der Joshua, der Phönix musste halt weg, weil er nämlich nach seinem Vater beziehungsweise so ein bisschen nach uns gekommen ist. Das hat der Mutter, glaube ich, gar nicht in den Kram gepasst. Und so kaltherzig wie die war, hat sie das irgendwie eingefädelt. Die Frage ist nur, wie kann es eine zweite Feueresspaar geben? Oder konnte es? Bei den Flammen. Und ich habe eher das Gefühl, dass so kaltherzig wie die Mutter ist, dass es irgendwie auch so eine Eisesper ist oder sowas. Weil der König hat ja gesagt, ohne dein Blut wäre auch nichts, sozusagen. Dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass die Olle damit irgendwas zu tun hat, mit diesem Esperenblut. Denke ich. Ich habe keine Ahnung. Ich kann auch total abforschen, was ich hier gerade erzähle. Warum ist die nie immer so viel schneller als ich? Können wir da nicht hin und einfach mal, ach so, die haben noch gefangene Kinder dabei. Der Titan scheint die Eisernen ganz schön zugerichtet zu haben. Aber wo ist der Rest? Das kann nicht alles sein. Warte. Das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Das ist sie. Der Dominos. Bist du sicher? Die kristallene Orthodoxie ist eine abergläubische Religion der Extreme. Bei den Eisernen wird gelehrt, dass Domini unreine Wesen sind, in Sünde geboren. Nur ihren Priestern ist es gestattet, sie zu erwecken. Und da sind eine Menge. Das ist unsere Jugendfreundin? Wenn da ein Eis versiegt ist, wird Stahl genügen müssen. Das ist ein kleiner Bastard. Der versteckt sich hinter Kindern. Lass das mein Ende sein. Erwes! Lust auf etwas reißen, Pirmut? Immer. Waivernus. Können du dich um das Ziel? An der kasten. Oh, schade, ich bin nicht gegen die Kämpfe, ich finde das aber schade. Oh, schade, ich bin nicht gegen die Kämpfe. Au. Warum willst du die? Ich will eigentlich nicht gegen die Kämpfe. Was sollen wir tun? Nicht klatschen. Bewegen! Dreckige Espa. Espa? Die ist nicht mal verwandelt. Zu langsam. Knapp vorbei. Der Blut wird nicht an meinen Händen kleben. Knapp vorbei. Noch mal! Die ist nicht süß. Genau! Knapp vorbei. Knapp vorbei. Knapp vorbei. Wie war es Dominos bezwungen? Man hätte doch reden können. Die Todbiss kannst du es auch nicht mehr beschützen. Ich wusste es. Au! Ich hab lieber Arm ab als Arm dran, ne? Au! 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 Scheiße! Sie wollen den Dominos weivern! Was zur Hölle tust du da? Die machen wir fertig. Diese Kacklappen. Was ist los mit dir, Y-Want? Der Dominos. Ich kenn sie. Du kennst sie? Ja! 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 Das wäre erledigt. Befolge mein Befehl, Y-Want. Schlag ihr den Kopf ab, ohne Widerrede! Oder was? Du bist alleine. Ich kann nicht und werde nicht. Du willst das Kaiser euch verraten? Verrat? Eurem Kaiser hab ich nie die Treue geschworen. Ihr habt mich vielleicht gebrannt, Markt, aber nicht gebrochen. Ich kämpfe nur für mich. Richtig so. Du meinst, das tue ich nicht. Wenn diese Mission hier viel schlägt, dann rollt unsere Köpfe! Also holst du jetzt ihren, oder ich hole mir deinen. Wie schon gesagt. Ich werde hier nicht sterben. Und sie auch nicht. Okay, jetzt kommt das Team Shaken hier. Willst du mehr? Hey! 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 Hooo! Hey! 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 Hast du vergessen, der dich von der Front geholt hat? Henn dich trainiert hat! Hey! Geil den Namen gab. Du sprichst, als würden wir nicht das gleiche Brand machen! Ich hatte einen Namen. Den hab ich nicht vergessen. Willst du dich also weiter an deine Vergangenheit klammern? Immer. Sollst du sterben. Du wirst ein Nichts. Ein Niemals. Ein Wäscher. Niemals. Du bist der Mäscher. Knapp vorbei. Au. Uhu. What the fuck? Stufe erhöht. Yeah. Meteoritenstein und Vibrid. Es waren also die, die uns zum Soldaten gemacht haben. War klar. Dass wir den Kampf abwarten. Jetzt haben die beiden sich so sehr geschwächt. Was? 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 Irgendwas hat- Hundi! Wer ist das? Sind das die aus unserer Vergangenheit? Eine kleine Welpe? Würde... Würde ich... Würde ich fühlen? Natürlich, die Mutti kein Stück gealtert im engen Spundex mit Cameltoe. Ich wusste, dass sie mit den Eisern... Und ich fürchte nicht zum letzten Mal. Nicht wahr, du verfluchte Schlange, Sidd? Macht euch bereit! Wir haben zu tun. Der Titan war doch der große Dicke. Ich... hab keine Ahnung. Es waren ja zwei Geschichten, die jetzt gerade hintereinander geratzt sind. Das war bestimmt nicht die... Mutti. Aber interessant, dass wir jetzt unsere Jugendfreundin finden. Jill... ...bist das wirklich du? Und wenn das nicht ein fabelhaftes Tier ist? Der Große hat dir gerade dein Leben gerettet. Weißt du? Torgal. Hä? Sein Name ist Torgal. Ach, ihr kennt euch. Na gut, dann kümmert sich endlich jemand um ihn. Witzig. Hätt gedacht, du wärst eher der Zocobo-Typ. Clive Ross fehlt. Komm schon. Für die Flammen gibt's nur eine Erklärung. Und zwar den Segen des Phönix. Den Gerüchten habe ich nie geglaubt. Aber du lebst ja wirklich. Keine Sorge. Bin ich wegen dir hier, mein Hübscher. Für sie hingegen... ...hab ich mir die Hände gern schmutzig gemacht. Das wird schon wieder. Ne Zweitmeinung kann aber nicht schaden. ...pack sie drauf. Einen Schritt weiter. Ich mein's ernst. Was? Soll sie hier liegen bleiben? Bei uns wär's gemütlicher. Ist schon gut. Was? Warum kommst du nicht auch? Willst du ihr nicht helfen? Das ist nur... Äh, Sid. Wenn wir zu spät kommen, schimpft Karon mit uns. Warum meint er sich die Stimme fast nicht zu dem? Warum? Ich werd dir alles erzählen, sobald wir da sind. Komm. Ja, Jugendfreundin ist engaged. Hundi engaged. Kann nur noch besser werden. Ich wollte das Spiel eigentlich nur ein paar Stunden anspielen. Aber irgendwie hab ich voll Bock drauf. Wie seht ihr das? Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben. Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdörrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keinen Nachbarn. Und niemand, der sich hierher verirrt. Na rein spaziert. Das Versteck. Zentrales Rimm oder so. Keine Ahnung. Gut, wenn die sich hier organisiert haben. So ein kleiner Kucko. Der Hund ist riesig. Der Hund ist ja noch mehr drin. Hm, dann nicht. Wieder zurück. Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hat er gehofft, dass du sie dir mal anguckst? Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Ähm... Ähm... Okay... Öffne ich gerade des Bereichs... Okay... So, was haben wir denn hier? Zum weißen Deichs... Lagerraum... Tränke... Hat hier gerade irgendwer... ...gepillt? Hier sind Kerker... Ja, ja... Tränke... Okay... Ist eigentlich ganz cool, dass sie sich hier so gut organisiert haben... Waschraum hält also wieder? Ja, der hält... Fürs Erste jedenfalls... Mein neues Schwert brauche ich auch... So... Acker... Wie Acker... Ah, hier... Gut... Okay... So, es gibt also Fäule... Die ist böse... Die macht... Tja... Das ist die nächste... Mal... Damit könnte Tarja dir vielleicht helfen... Du wurdest zwar als Sklave geboren... Aber... Jetzt bist du ein freier Mann... Ah... Wir wurden also von... Es hilft doch... Ach so... Krankenstation... Okay... Ich finde ja ganz lustig... Dass der Alte eben... Gesagt... Nee, hier ist doch sowieso nicht... Ich nehm keine Medizin... Nee, 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 nee... Das macht die Welt so ein bisschen lebendig... Chocomoppel... Der Rest ist noch nicht... Frei... Check... Ja, komm... Oh, ein bisschen ungesehen... Das passt schon... Also hat unsere Mutter damals... unseren kleinen Bruder... ihren Sohn getötet... Weil irgendwas nicht richtig funktionierte... wie sie wollte... Uns dann irgendwie... Und uns dann theoretisch als Soldat versklavt... Ja... Na dann... Lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield... Ein Träger der Kaiserlichen Armee... Der hinter feindliche Linien geschickt wurde... Um dort zu warten, bis Chaos ausbricht... Und dann den Dominus tot zu stechen... Ich konnte nicht wissen... Dass sie es war... Also hast du sie geschützt... Deinen Vorgesetzten getötet... Und dann das Weite gesucht... Dabei aber vergessen, was der Kaiser von der Sation hält... Denn mit dem Ding im Gesicht... Hättest du's ohnehin nicht weit geschafft... Ich will gar nicht so viel quatschen... Aber lass dir davon nicht den Durst verderben... Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na gar nichts... Sie ist jetzt endlich frei? Denkst du wir säßen hier... Wenn ich was vor hätte? Ich will euch nur helfen... Domini wie ihr... Trägern wie dir... Leider steht die Welt gegen uns... Deshalb dieses Versteck... Du wärst bei uns willkommen... Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können... Was sagst du, Clive? Machst du mit? Oh, besser als gar nix, Clive, hm? Aber bis mein Bruder gerecht ist... Gehe ich meinen eigenen Weg... Gerecht? Er... Wurde... Ermordet... Von einem zweiten Dominus des Feuers... Der böse Zwillingsbruder... Na sieh mal einer an... Noch ein Gerücht bestätigt... Dass ich heute noch hier stehe... Verdank ich Joshua... Dreizehn Jahre habe ich auf diese Chance gewartet... Hab im Dreck geschlafen... Aus Pfützen getrunken... Unzählige Menschen getötet... Du hast recht... Der Kaiser... Duldet keine Deserteure... Das... Ist meine beste Gelegenheit... Meine letzte... Böse Zwillingsbruder... Genau deshalb solltest du bleiben... Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut... Nein... Mein Speer hat mir von Trägern erzählt... Die im Norden untergetaucht sind... In einem Dorf namens Kielbrück... Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte... Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach... Das heißt nicht, dass ich bleibe... Bereit dich gut vor... Geh in die Halle... Na dann wollen wir mal gucken... Was wir so in der Halle hier so finden... Alter, die Lichteffekte sind schon krass... Hallo, Detlef... Oh... Oh nein... Götz, oder? Ich bräuchte Hilfe... Sid meinte, ich soll mich vorbereiten... Wen frage ich da am besten? Äh... Also... Tante Karon könntest du... Äh... Ne... Warte mal... Geh lieber erst zu Schledon... Dem Schmied... Schledon? Dann auf zur Schmiede! Äh... Äh... Halt! Hier! Nimm das hier mit! Schledon hilft nur, wenn er was dafür bekommt... M... Mir zumindest! Den Charakter haben sie doch extra blöd gemacht! Großmännig weiß dumm! Ich hab so das Gefühl... Sowas hatten wir doch bei... Äh... Horizon Forbidden West auch! Bist du Schledon? Geht dich nichts an! Zum Schwarzen hab ich keine Zeit! Hab ich auch nicht! Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung! Du könntest Gvigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten! Wär mir genauso egal! Für dich krimm ich keinen Finger! Ach wirklich? Wenn du das hier nicht willst... Schütt dich halt weg! Äh... Verdammter Götz! Dann haben wir ein gutes Herz! Schon gut, schon gut! Nur nichts überstürzen! Dann lass dich mal ansehen! Das würde doch kein Mogrifurz abhalten! Elende Kaiserliche! Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu! Ich tue was ich kann! Aber nur für Götzt, klar? Gegenstände herstellen! Ähm... Und damit... sind wir quitt! Na dann! Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material! Werd ich mir merken! Danke! Okay! Äh... Kleiner Rat von mir! Lass dich nicht von Sid herumscheuchen! Na, wenn sich im Versteck etwas geändert hätte, scheint oben rechts auf dem Bildschirm ein Hinweis! Ah ja, okay! Halt er Schwede sein! Solltest echt nett zu dem sein! Es hat funktioniert! Ich danke dir! Äh... ich äh... nun... äh... Komm schon! Fast geschafft! Wann haben die denn jetzt hier wieder angeschleppt? Hm... Hm... Na... Das ist mal wieder nicht so gut gelaufen! Hey! Seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser! Äh... ich geh welches holen! Geh... geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Wo hab ich mich da bloß reingeritten? Äh... Wer ist das? Hm? Befreite kaiserliche Träger! Wer bist du denn? Haaa... Verflucht! In dem Zustand macht das nicht mehr lange! Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube! Schick uns Taya! Na geh schon! Beweg deinen Arsch! Ist der so frech? Na gut, auf der anderen Seite, why not? Taya war die Frau Rachel... Ist das... Ist der wirklich einfach nur verletzt oder ist der eher so... Es ist animal... Deine Freundin braucht Ruhe! Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht! Es geht nicht um Jill! Du wirst unten gebraucht! Dort warten ein paar verletzte Träger! Warum sagst du das nicht gleich? Ach... Hab ich doch gemacht! Die sind alle so undankbar! Äh... Aber wenn unser Bruder der Phönix... ne F... ne Zwillingsbruder hätte... Das Licht lief sehr unvorteilhaft in das Gesicht eben. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun Otto... Ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Karon da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh... Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Ich hab die Heilerin geholt, also... Okay, er hat einen Arschloch-Auftritt gehabt, aber nicht schlecht. Wir können jetzt Nebenaufträge haben. Wir haben jetzt Nebenaufträge. Okay. Nebenaufträge. Achte auf den Charakter mit grünem Symbol auf dem Kopf. Das bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Eine Liste aller abgeschlossenen Aufträgen. Ja, das kennen wir. Ein neuer Auftrag in der Nähe ist verfügbar. So... Hast du denn hier? Vielleicht Hilfe da drüben. Du sollst bitte rühren. Ah, ein neues Gesicht. Und mit, hoffentlich, ordentlich Motivation. Im Chokomoppel ist immer viel zu tun und wir leiden unter chronischem Personalmangel. Könnte ich dich überreden, ein paar Darbenden ihre wohlverdienten Mahlzeiten zu bringen? Für deine Mühen winkt dir außer dem Inhalt der Kiste da auch noch meine aufrichtige Dankbarkeit. Äh... Klar, aber rundherz. Verfolgen wir mal den Shit. Weiß man... Äh, okay. Du bist nur hier, oder? Kenneth scheint dich schon ganz schön auf Trab zu halten, der alte Schlingel. Naja, wenigstens hat er mir eine Belohnung versprochen. Haha, das will ich hoffen. Wir sind ja keine Sklaven mehr. Mach's gut, Junge. Und halt die Ohren steif. Alles klar, alter Mann. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen mit seinem alten Kumpel August zu trinken... So. Was du zu sagen? Knubbelnase. Vielen Dank. Bitte denke nicht schlecht von mir, weil ich mich bedienen lasse wie ein, äh, fauler Herrscher. Hahaha. Äh... Mein alter Dienstherr war leider kein gütiger Mann, weißt du? Seinetwegen bin ich ein Wrack, halb gelähmt. Und trotzdem hat sie mich aufgenommen. Ähm... Ja... Das hier ist mein erstes richtiges Zuhause. Und das sind sozusagen... Und was für eines, nicht? Und das sind sozusagen hier so ein bisschen... Die Leute, die hier Zuflucht suchen. Sieht aber einen dicken Wälzer ausgesucht. Kannst du lesen? Haha, kann ich lesen. Oh, der kann lesen. Okay. Ich nehme alles zurück. Trotzdem will ich hier meinen Teil beitragen. Nur eben mit meinem Kopf. Schön, aber... Ist besser, bevor es kalt wird. Ja, ich glaube, die Final Fantasy, die müssen, muss man, ähm... Das ist jetzt nur noch der Name. Ich habe so das Gefühl, dass man, ähm... Einige, vor allem die verschiedenen... Also zurück zu Kenneth. Final Fantasy, dass man die so einzeln betrachten muss. Ich persönlich würde denen zumindest ab einem gewissen Grad eine Chance geben. Ich weiß nicht, ob Final Fantasy 9 hat mir jetzt nicht so gefallen. Weil die Vorgeschichte einfach viel zu lange ging. So habe ich auch das, äh... Allesamt. Aber keine Sklaven, die ihren Herren dienen, sondern... Menschen, die wie alle behandelt werden. Ganz recht. Die Idee der Gleichheit ist das Fundament, auf dem unsere kleine Gemeinde ruht. Außerhalb dieser Mauern sind wir Träger, Sklaven. Wir sprechen nur, wenn wir gefragt werden, essen nur die kümmerlichen Reste, die unsere Herren uns zugestehen. Viele bekommen hier das erste warme Essen ihres Lebens. Im Versteck sind wir frei. Und zwar alle. Wir reden, was wir wollen, wann wir wollen. Und essen, was und wann es uns passt. Das ist doch Grund genug, auf Sid zu vertrauen. Meinst du nicht? Nobles Vorhaben. Aber... Kommen wir zu der Belohnung, die ich dir versprochen habe. Du kannst dich an einem bedienen, was du dort in dieser Kiste findest. Die ersten fand ich gar nicht schlecht. Danke, Clive. Lass dich hin und wieder blicken, ja? Zumindest die Prequels. Zu dem ich sowieso ein Fan von JRPGs bin, mit rundenbasierten hin und her. Es muss ja nicht immer Action sein. Abzeichen des Schutzes. Ring des Augenmerks beim Schmieden dieses Rings verlangsamt die Zeit von vermeidbaren gegnerischen Treffern, solange der Ring angelegt ist. Das ist kein Effekt, wenn der Ring das Zeitgehen annimmt, das gleichfalls angelegt ist. Ring des zeitigen Ausweichens. Äh, des zeitigen Angriffs. Den habe ich jetzt gerade dran. Okay. Okay. Des Schutzes. Ring des Ausweichens. Äh, b-b-b-b-bam. Flinke Ausweichenmanöver. Bedarf. Spitzung der Reflexion. Höchste Konzentration. Ganz zu schweigen von dem Augen eines Luxes. Weicht vermeidbaren Angriff automatisch aus. Das könnte interessant werden. Ich verabschiede mich. Schönes Stream noch. Penn gleich bis zum nächsten... Äh, Penn gleich ein bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, Yuna. Mach's gut. So. Also die Geschichte selbst gefällt mir gerade auch ganz gut. Ob nicht macht's was her. Es kommt, es ist mir gefällt mir. Gefällt mir hier gerade so. Verdammt. Ich brauche mehr Holz. Wenn ich doch wenigstens die Zeit hätte, einen Moment hier wegzukommen. Ah, Duda. Viel gerufen. Du kannst doch bestimmt etwas Holz für mich holen, oder? Na gut, ich helf dir. Ach, danke. Du hilfst nicht nur mir, sondern uns allen damit. Ist nicht leicht, das Versteck in Schuss zu halten. Erst recht mit so wenigen Leuten. Klingt, als ob es hier viel zu tun gäbe. Ja. Das kannst du laut sagen. Die Gefallenen waren wirklich brillante Baumeister. Aber ewig steht nun mal leider nichts. Darum müssen wir die Wände hier stützen. Sonst werden unsere Schützlinge noch vor der ersten Ernte unter Schutt begraben. Wäre sicher ein Jammer. Gut, wo finde ich denn Holz? Frag drüben an der weißen Deichsel. Die können dir welches geben. Danke, ja? Das weiß ich zu schätzen. Ich glaube, an Final Fantasy, das was wir vorher jetzt die ganze Zeit gespielt haben, lag es an dem Setting. Ich habe so das Gefühl, dieses mittelalterliche Magie mit Schwertern und allem drum und dran, fesselt Enthusiasten wesentlich mehr als dieses metallene Futuristische. Entschuldigung, der Mann, der da drüben was repariert will, dass ich Holz besorge. Ach, du meinst Geoffroy, den Schreinermeister. Wir sind gerade fertig mit dem Zusägen der Latten, die er braucht. Nimm dir von denen einfach welche mit. Danke. Ach, nicht doch. Wir haben zu danken. Was? Also, grafisch ist das Spiel schon bombastisch. Ich will mal was gucken, ne? Okay, das sind 30 FPS. Aber es sieht wesentlich besser aus. Also, optisch ist es jetzt ne Bombe. Aber die Bildfrequenz ist halt auch, leidet halt auch stark drunter. Also, ich werde den Performance-Mode benutzen, was das angeht. Ich habe lieber ein flüssiges Spiel als ein schönes. Außer beim PC. Da habe ich jetzt... Ah, nur eine Holzplanke. Ist das genug? Das reicht locker, danke. Mit etwas Glück kracht uns jetzt nicht das Dach über dem Kopf zusammen. Klingt ja rosig. Also, ich bin mit der Playstation aufrufe eigentlich zu sparen. Und besser als draußen ist es hier allemal. Warm, trocken und sicher. Was will man mehr? Ach, ich hab noch was für dich. Kleiner Dank. Gehörst jetzt zu uns. Das ist nicht nötig. Jetzt ziehe dich nicht so, mein Freund. Steck schon ein. Wunderbar. Auftrag abgeschlossen. Was haben wir jetzt bekommen? Fünf Erfahrungen. Meteoritenstein Grillkäfer. Äh, genau wie Tröpf... Äh, genau wie Tröpfchen geschmolzenen... Hä? Genau wie Tröpfchen geschmolzenen Eisens vom Ofen eines Schmiedes auf die Erde fallen. So fallen sie auch vom Himmel, wo die Götter an ihren lustigen Werkstätten oder was... Wird so Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Nämlich ein Meteoritenstein. Achso, beides. Achso, ich weiß nicht, woher er den Käfer hat. Ich meine, der hat ja obenrum nichts an. Der hat sich schon aus dem Arsch gezogen. Guck mal, das lebt in meiner Unterhose. Ich will mal gucken. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Nebenquests? Beim Schmied gibt's was Neues. Dann will ich noch mal gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Ausrüstung und Vorbereitung ist das halbe Leben. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Und, was darf sein? Breitenschwert. 90. Das bedeutet, ich krieg 15 Angriff mehr. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Eiserne Armreif. Was das? Gut. Ja? Und, was darf sein? Verstärken. Verstärken. Breitenschwert. Plus 2. Kannst mir später danken. Das muss erst mal reichen. Aha. Eiserne Armreif. Plus 1. Oh, nicht schlecht. Was das? Okay, das gefällt mir sehr gut. Wie wär's mit nem Umdruck bei Kenny? So, gibt's hier noch irgendwo was? Nee, das ist nur... Okay. Hat sich gelohnt. Clive? Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Mach ich. Danke. Ich pass auf ihn auf. Kaufst du was oder nicht? Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst? So läuft das nicht im Leben, Junge. Also... Raus mit den Kröten! Mittel und Ausrüstung können in Läden den ganzen Tag gekauft werden. Ihr Bestand verändert sich im Lauf der Geschichte. Also schau immer mal wieder rein. Besitz. Eiserne Armreife. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Was haben wir hier? Heiltank. Du machst mich noch arm, mein Junge. Warum? Mehr hab ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker. Jetzt stehst du also zu ihm? Das hab ich nicht alles für dich getan. Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Was? Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld. Er hat das Herz der alten Dame geraucht. Schau. Was? Akret, äh was? Arete Stein ist jetzt verfügbar. Welch virtuelle Kampfplatz bietet Clive einen sicheren Ort, um neue Fähigkeiten zu erproben. Im Verlauf der Geschichte werden dir darin nützliche Funktionen freigeschaltet. äh, probieren wir es mal Übung macht den Meister verschiedene Einstellungen vornehmen kannst um Übung ganz nach deinen Wünschen zu beschleiten äh, ich habe keine Ahnung Ja, was kann ich jetzt machen? Ist ja irgendwas, ne, ne? Gegner auswählen, Gegnerunverwundbarkeit Tasteneingabe, Aktionslocken Ne Und wie kann ich das jetzt beenden? Hoppenü Einstellungen Ja, die Frage ist, wie lang geht das jetzt? Ist ja irgendwo Oh, da muss ich wieder zurück Ja, ich will doch da gar nicht mehr hin Kann ich da wieder gehen? Tasteneingabe und Verwundbarkeit Übung beenden Ah, da Okay, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt oder nicht Okay Ist vielleicht nicht schlecht gegen verschiedene Gegner Wenn wir wissen, dass wir jetzt Fertig Wir nochmal zum Schmied Bitte Hm Schon wieder auf dem Sprung? Aha Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen Würde dich sowieso nicht aufhalten Auf ins Vergnügen Gut Hier ist noch mal zum Schmied Schnellreise Schnellreise Ja, super Ich kann nochmal zum Schmied Ich habe nämlich jetzt nochmal Dingsbums bekommen So, wollen wir mal gucken Was kann ich denn verkaufen? Breitenschwert plus zwei Nein Eisengurt Ich habe nicht so viel Ich will nichts verstärken Herstellen Plus zwei Eisengurt So, jetzt will ich mal gucken, wo ich noch Ausrüstung habe Übrige vielleicht Kaiserliche Soldatenschmerz Soldatengurt Das ganze kaiserliche Zeug kann ich eigentlich ablegen Ich will was verkaufen So viel kriegst du sonst nirgends dafür Ups Das bekomme ich schon an den Mann Hast du noch irgendwas? Komm wieder vorbei Super Die olle Schrappende, ey So, Karte Ja, Schnellreisen Wo muss ich lang? Weltkarte öffnen Da muss ich hin Klingt super Muss ich aber ganz ehrlich sagen Das machen wir ein andermal Ich habe gut keine Lust mehr Ich muss jetzt speichern Weil ich werde nämlich nachher Oder Morgenlauf des Tages Hogwarts Legacy weiterspielen Ich weiß nicht Die ganzen guten Spiele habe ich aktuell auf PS5 Also Es war ein Glückskauf Um ehrlich zu sein Weil ich echt nicht gedacht hätte Dass mir das Spiel so gut gefällt Und Ja Weil Hätte ich echt nicht gedacht Mal wirklich Ein Glückskauf Und das zum Vollpreis Wollen wir mal geben Ja So Gut Gute Frage Nächste Frage Gute 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 G